Embryotransfer geglückt, Halsey Mandy ist wieder schwanger Tolle Neuigkeiten von Halsey Mandy und Fitness Oscar Nachdem ihr Sohn Ria im vergangenen Jahr nur wenige Monate nach der Geburt verstorben war, erlitt die Influencer erst im April dieses Jahres eine Fehlgeburt. Dennoch geben die beiden ihren Kinderwunsch nicht auf und haben kurz danach die Kinderwunschbehandlung weiter fortgesetzt. Jetzt haben sie endlich wieder Erfolg, Mandy und Oscar erwarten wieder ein Kind. Das teilt das Paar überglücklich auf Instagram mit. Wir sind wieder schwanger. Wir können es immer noch nicht glauben, doch diesmal hat der Bluttest das Ergebnis bestätigt, schreiben die zwei zu einem niedlichen Foto, auf dem sie den positiven Schwangerschaftstest und einen Body hochhalten. In Erinnerung an ihren verstorbenen Sohn stets darauf geschrieben vom Himmel geschickt von meinem großen Bruder. Vor zehn Tagen wurde bei Mandy ein Embryo eingesetzt. Dafür war sie mit Oscar in die Türkei gereist. Danach musste sie allerdings etwas warten, ob der Transfer tatsächlich glückt und der Bluttest positiv sein wird. Davor hatte sie gemischte Gefühle, ich habe Angst vor einer Enttäuschung und wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich möchte endlich mal wieder etwas, worauf ich mich von Herzen freuen kann, äußerte sie noch vor ein paar Tagen in ihrer Story. Ich möchte noch einmal wieder etwas, worüber wir uns sehen. Untertitelung des ZDF, 2020